Ihr könnt, wenn ihr wollt, ich habe den Chat im Blick, gern, wenn ihr Fragen habt, Fragen in den Chat stellen. Ich schaue, dass ich so in 15 Minuten durchkomme durch den Teil, dass wir dann eben auch für Fragen noch genug Zeit haben. Und werde jetzt, wie gesagt, mal auf dieses Thema Audioqualität für Trainings- und Videokonferenzen eingehen. So ein bisschen, worüber will ich sprechen? Ich habe mir mal überlegt, das macht Sinn, wenn man sich mit Audio beschäftigt, mal so ein bisschen Grundlagen der Audio-Technik zumindest zu streifen. Also meistens, man schließt das Mikrofon an, drückt auf den Videokonferenz-Link und ist dann sozusagen in einer Session drinnen und kümmert sich eigentlich gar nicht um die Innereien. Was ist das jetzt für ein Mikrofon? Und bin ich jetzt gerade über USB verbunden oder Bluetooth, über ein Audio-Interface? Welche Codex werkeln da im Hintergrund? Eigentlich kümmert man sich da nicht drum. Wenn man jetzt möchte, dass man mal weiß überhaupt, wie die eigene Audioqualität ist und an welchen Stellschrauben man drehen kann, macht es durchaus Sinn, da sich mal so ein bisschen reinzudenken, was da eigentlich alles passiert, dass wir uns gegenseitig hören können. Also darauf würde ich eingehen. Und dann würde ich auch so ein bisschen was noch zu Software-Apps erzählen, was es da für Tipps und Tricks gibt. Und auch Hardware und Equipment, weil typischerweise, sage ich mal, mit so einem klassischen Headset, was man vielleicht von seiner Firma gestellt bekommt für Videokonferenzen, da darf man nicht erwarten, dass da eine Radioqualität hinten rauskommt von der Aufnahme, weil die sind typischerweise auf Sprachverständlichkeit optimiert, sind also eher so höhenbetont und sind so, wie man vielleicht vom Telefon das kennt, wenig Basslastig, auch nicht das ganze Frequenzspektrum, sondern eher schmalbandig, damit man eben die Sprache gut versteht. Aber man hört sich halt nicht an wie ein Moderator im Radio. Genau, ich sehe im Chat die Frage, ob man die Aufzeichnung bekommt. Ja, genau, die drei Impulsvorträge werden aufgezeichnet und dann auf YouTube bereitgestellt. Genau, also da mal ein bisschen in die Grundlagen reingeschaut. Vielleicht vorneweg, es ist immer so ein Kompromiss zwischen Aufwand und Qualität. Also wir verwenden da gern so eine S-Kurve, wo man sagt, wenn ich die Qualität verbessern will und halt den Aufwand extrem gering, hier ist mal links so gezeigt, das Dosentelefon, vielleicht kennt ihr das aus der Kindheit noch, zwei Joghurtbecher und eine Nylonschnur, sehr kleiner Aufwand, man hört sich gegenseitig, aber die Qualität ist halt sehr klein. Dann steckt man da so ein bisschen mehr Aufwand rein, hat gefühlt so irgendwie so ein Punkt, wo man durch relativ wenig mehr Aufwand die Qualität deutlich verbessern kann und irgendwie nach oben flacht die Kurve aber auch wieder ab. Das bedeutet, ich muss viel Aufwand reinstecken, um nochmal einen deutlichen Qualitätssprung hinzubekommen. Also ich verwende mal gern das Beispiel, so die, wenn man schaut, was die dritten Programme, Fernsehsender investieren, das ist durchaus gar nicht so wenig, aber es ist ein Riesenunterschied zu den Studios, die ein ZDF oder eine ARD verwendet, und da liegen Größenordnung mehrere Millionen Budget dazwischen, um einfach nochmal so kleine Schritte voranzukommen. Die zwei Sachen haben wir mal durchgestrichen, haben gesagt, so spannend ist dieser Bereich in der Mitte, wo man so gefühlt eben den größten Hub hat, die steilste Kurve hat, und haben das mal versucht zu quantifizieren. Das heißt, mit den Bekleidungsgrößen jetzt in dem Bereich M und L. M haben wir mal definiert, als ich investiere zusätzlich zu dem Rechner, den mir vielleicht meine Firma gegeben hat, nochmal so irgendwie wenige 10 bis wenige 100 Euro und kann das erlernen in Stunden und vielleicht wenige Tage. Und umgekehrt, L ist ein bisschen größer, also so typisches Podcast-Equipment, wenn ich sehe, was der Christian für einen Kopfhörer auf dem Kopf hat, zum Beispiel, ich vermute, er hat sein SM7B-Mikro irgendwo vor sich stehen, dann ist man da schon im kleine 100 Euro bis vielleicht einige Tausend-Euro-Bereich, aber halt noch nicht Zehntausende, wie man dann hier in XL wäre. Das wäre jetzt, weiß ich nicht, für den Ansatz Audio- und Podcasting-Organisationen wahrscheinlich dann zu groß gedacht. Also da muss man irgendwie gucken, wo ist man da unterwegs. Dann was wichtig ist, es ist nie eine einzelne Komponente, die die Qualität ausmacht. Da müsst ihr jetzt hier nicht die Einzelnen lesen, sondern man muss eigentlich immer in einer Sende- oder Aufnahmekette denken, in einer Audiokette denken. Das bedeutet quasi, hier unten steht es, Shit-in, Shit-out, in jeder Stufe können schlimme Dinge mit dem Audio passieren. Irgendjemand hat, glaube ich, Telefon oder Geräusche im Hintergrund. Vielleicht, wenn ihr nicht sprecht, wenn ihr euch mutet, ich schaue mal gerade, ob ich sehe, wer es ist. Da hat der Olli, glaube ich, den schalte ich mal stumm. Genau. Also das heißt, so eine Frage, wenn jetzt jemanden fragt, was ist das beste Mikrofon oder was ist das beste Videokonferenz-Tool, um gute Audioqualität zu haben, kann man eigentlich immer nur sagen, es kommt drauf an. Man kann ein super Tool haben, ein super Mikrofon haben, sitzt dabei in einem total halligen Raum oder ist selber gestresst und die Stimme klingt komisch oder die Internetverbindung ist schlecht. Also man muss immer in der ganzen Kette denken. So wie bei einer Fahrradkette, wenn ein Glied kaputt ist, kann ich nicht mehr Fahrrad fahren. Genauso muss ich irgendwie alle Glieder, meine Audioübertragungskette im Blick haben. Womit man auch relativ schnell in Berührung kommt, sind so Anschlussarten. Also wie kann ich mit meinem Rechner überhaupt, wie kann ich da Audioequipment anschließen? Da gibt es auch Verschiedenes und da merkt man dann auch relativ schnell so den Übergang vom Amateur zum Semiprofi-Bereich, wenn man so will. Also was die meisten Notebooks immer noch haben, ist so ein Klinkenanschluss, 3,5 Millimeter typischerweise. Hier irgendwo ein Liegen, ja sowas. Ich halte es mal hier in die Kamera. Das ist so, was man früher am Handy hatte. iPhone hat es nicht mehr, viele anderen haben das noch. Das war so eigentlich das typische Interface. Entweder mit zwei oder drei Ringen. Wenn hier drei Ringe sind, sind das sogenannte TRS-Stecker. Das heißt, da läuft Mikrofon und Kopfhörer über den gleichen Stecker. Wenn ihr noch ältere Rechner habt oder ältere Soundkarten, waren da immer so dieser grüne und der rosane Eingang. Der rosane war für das Mikrofon und der grüne für den Kopfhörer. Das sind dann TRS-Stecker. Das ist quasi das Mikrofonsignal extra in dem Einzelnen. Wenn man da so in den ein bisschen professionelleren Bereich geht, da stellt man schnell fest, dass die Stecker größer werden, um größere Kontaktfläche zu haben. Das sind dann so 3,5 Millimeter Klinke. Jetzt habe ich meinen Kopfhörer rausgezogen. Ich zeige euch mal, das ist sowas. Das sieht eigentlich genauso aus, ist nur ein Tick größer. Und dann geht es über, im Profibereich hat man eigentlich fast nur so XLR-Stecker. Das ist, was man hier unten sieht, mit diesen drei Polen. Also mein Headset jetzt zum Beispiel ist über so einen XLR-Stecker an einem kleinen Mischpult. Und das Mischpult ist wiederum über einen USB-Anschluss mit dem Rechner verbunden. Und das andere, das ist, was ihr sicher kennt, USB. Hier oben sieht man so USB-A-Verbindung. Das ist so der Klassiker eigentlich. Der große, breite USB-Stecker wird jetzt zunehmend durch die kleineren USB-C abgelöst. Wobei das meiste Audio-Equipment, was ich kenne, noch über USB-A angeschlossen ist. Und da gibt es dann auch zwei Sachen oder eine Sache, auf die man aufpassen muss. Es gibt bei USB den sogenannten Class-Audio-Standard. Das heißt, alles, was ich an Equipment an meinen Rechner anschließe, funktioniert, ohne dass ich Treiber brauche. Und wenn die jetzt ins Audio-Interface zum Beispiel kein USB-Class unterstützt, dann muss ich vielleicht Treiber installieren. Das führt dann dazu, dass es vielleicht in Windows funktioniert und im Mac nicht. Also da gibt es dann auch Anschlussfragen, die sich daraus ergeben. Hier unten noch, das ist, was viele nutzen, Bluetooth ist natürlich super bequem, weil ich im Meeting auch mal rumlaufen kann, mir einen Kaffee holen kann. Ich habe es mal rot gemacht, weil mit Bluetooth auch viele schlimme Dinge passieren können. Zum einen ist Bluetooth nicht sehr breitbandig. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr Musik hört mit einem Bluetooth-Kopfhörer, ist die Qualität ziemlich gut. Sobald ihr in eine Videokonferenz geht, hört sich das schon nicht mehr so gut an, weil der Bluetooth-Funkkanal quasi für Hin- und Rückkanal verwendet werden muss. Ihr müsst ja was hören und ihr müsst sprechen. Und damit wird er recht schmalbandig. Das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, ich sehe bei Jochen, glaube ich, du hast da ein Kabel dran, das könnte sein, dass das so ein Headset ist, was über Bluetooth geht und über Kabel. Oder es geht immer über Kabel, aber es gibt welche, die können beides. Kann man die Qualität auch dadurch verbessern, dass man das Kabel quasi ansteckt und nicht über die Bluetooth-Luftschnittstelle geht. Also auch da kann man so ein bisschen experimentieren. Das Vertragte ist immer, ich selber höre mich nicht. Ich höre nicht, was auf der Gegenseite ankommt. Deswegen macht es Sinn, mal mit dem eigenen Headset, mit so einem Tool wie Audacity oder Reaper Ultraschall oder auch dieser Teams-Testaufnahme-Funktion, mal so einen Testanruf zu machen und sich anzuhören, wie es auf der Gegenseite anhört. Weil oft sagen einem nämlich Leute, die so in Videokonferenzen Audio-Verschmutzer sind, ja, ich höre ja alles super. Und ich sage dann, ja, du schon, aber wir hören dich ziemlich schrecklich. Das sollte man mal ausprobieren. Das Gleiche dann sozusagen, wenn mein Ton mal reingesprochen ist und über irgendeine Schnittstelle in den Rechner gelandet ist, dann kann man sozusagen nicht das Audiosignal verlustfrei übertragen an eine Gegenstelle. Das heißt, die werden komprimiert oder enkodiert. Da kommen dann die ganzen Audio-Encoder und Decoder ins Spiel. Jeder, der in den 90er Jahren mit Napster angefangen hat, hat sich da mit MP3 und so Sachen auseinandergesetzt. Also so eine Musik-CD sind, glaube ich, 700, 800 Megabyte. Und durch die Komprimierung mit MP3 reduziert man das quasi auf ein Zehntel ungefähr. Die neueren Codecs, wie M4A beispielsweise, also AAC, die sind da noch mal deutlich effizienter und nutzen im Prinzip hauptsächlich so psychoakustische Effekte. Das bedeutet, dass wir als Menschen höhere Frequenzen schlechter hören. Das heißt, die kann man so langsam abschneiden nach oben hin. Oder auch so Aspekte, wenn ich in einer Frequenz einen sehr lauten Ton habe, liegt da so eine Überdeckungskurve drunter, dass ich in der Frequenz daneben höre ich dann Töne nicht mehr. Das heißt, die muss ich auch nicht mitkodieren. Und so schafft man es eben, die Bandbreite, die man braucht, um ein Audiosignal zu übertragen, deutlich zu reduzieren. Vielleicht habt ihr mal mit solchen Kürzeln zu tun gehabt. G711 ist so der typische Festnetz-Telefonkodec mit 3,4 Kilohertz Bandbreite. Zum Vergleich, unser Gehör hat eine Bandbreite von ungefähr 20 oder über 20 Kilohertz. Je älter wir werden, desto kleiner wird die. Es gibt Kinder, die hören Fledermäuse mit 50, knapp 50, so wie ich, hört man keine Fledermäuse mehr in der Regel. Aber trotzdem hört man deutlich mehr als 3,4 Kilohertz. Das heißt, G711 ist so dieser ganz typisch alte Telefonsound. Es kam dann irgendwann mal G722. Das ist das, was viele Anbieter so als HD-Telefonie vermarkten. Das ist 7 Kilohertz zumindest mal. Ist man aber trotzdem von der Bandbreite nur bei einem Drittel von dem, was eine CD-Qualität hat. Und ich finde, das ist immer, woran man sich messen sollte. Zu sagen, wenn ich ein Präsenzmeeting habe, dann sitze ich jemanden an und wirklich physisch gegenüber und höre den sozusagen so wie Spotify oder Radio. Und alles, was das verschlechtert, ist quasi schlechter, als ich es gewohnt bin. Also ich würde versuchen, immer möglichst nah an das natürliche Erlebnis ranzukommen. Und deswegen hat man eben jetzt bei so Tools, die jetzt eben Wert legen auf Audioqualität, andere Codecs, wie zum Beispiel Silk. Das ist Silk Framework, ist die Grundlage von Skype gewesen. Ist jetzt auch das, was in Teams werkelt sozusagen. Oder Opus ist so ein typischer Audio-Codec, der sich dadurch auszeichnet, dass er sehr latenzarm ist, eine sehr kleine Latenz hat. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ich jetzt quasi Ton in mein Mikrofon spreche, dann muss er der Encoder, der nimmt etwas auf und dann enkodiert er das und dann schickt er es erst raus. Und je länger die Stücke sind, die er enkodiert, desto länger dauert es, bis der Ton bei euch ankommt und dort wieder dekodiert wird. Und das merkt man daran, wenn man Videokonferenz-Tools hat mit schlechter Latenz, dann fällt man sich ständig ins Wort. Weil der eine spricht, es dauert aber, das ist beim Gegenüber noch nicht angekommen, der andere fängt an zu sprechen, das dauert. Und dann hat man so einen Wechsel von sich gegenseitig ins Wort fallen. Und gute Audioverbindungen sind eben in der Regel auch sehr latenzarm, dass ich quasi sofort höre oder fast sofort höre, wenn jemand anders anfängt zu sprechen, um dann eben ihm nicht ins Wort zu fallen, sondern da merke ich, okay, der spricht gerade, dann bin ich leise und lasse ihn erst mal aussprechen. Also auch das lohnt sich, wenn man da die Möglichkeit hat. Leider ist jetzt bei Teams hat man relativ wenig Möglichkeiten, auf Codex Einfluss zu nehmen, aber in anderen Tools hat man da eben mehr, sich auch damit mal zu befassen. Genau, so diese typische Übertragungskette jetzt in der Videokonferenz. Man hat irgendwie, hier links sehen wir, da spricht, hat ein Mikrofon, Headset, ein Rechner, irgendwie ein Internet, eine Cloud dazwischen, auf der anderen Seite eine Gegenstelle. Auf der Seite habe ich mal so die typischen Teufel irgendwie hingemalt, mit denen man da zu tun hat. Also das fängt an bei Räumen, die hallig sind. Würde ich sagen, ist eins der Nummer eins Knackpunkte bei ganz vielen, insbesondere wenn Leute auf die Idee kommen, sie nehmen halt einfach das Mikrofon, was in der Webcam oder in einem Notebook eingebaut ist. Weil das bedeutet, dass das Mikrofon relativ weit weg ist von dem Mund. Das heißt, die automatische Gain Control, die Verstärkungskontrolle, muss die Verstärkung ziemlich weit hochdrehen. Das bedeutet aber auch, dass alle Reflektionen, die im Raum kommen, wenn ich jetzt hier spreche, kommt hier vor mir ein Fenster, da kommt ein Echo zurück. Wenn das Mikro jetzt sehr nah dran ist, dann hört ihr wahrscheinlich jetzt nur den Direktschall und von dem Schall, der reflektiert wird, fast nichts. Wenn Teams jetzt quasi die Verstärkung sehr weit aufdrehen würde, dann würde quasi auch die Reflektion mit aufgenommen werden und das hört man eben an halligen Räumen. Und das ist, wenn man mal zehn Minuten telefoniert, hält man das aus. Wenn man zwei Stunden Workshop hat, finde ich das extrem störend, extrem anstrengend. Auch da wieder, der, der die Störgeräusche verursacht, ist der, der sie nicht hört. Also wenn man dann sagt, der Ton ist bei dir ganz schlecht, sagt er, nee, ich kriege gar nichts mit. Dann sage ich, naja, du hörst ja auch mein Mikrofon, ich höre deins. Da habe ich auch schon ein paar Mal dann einfach so Stücke aufgenommen und habe es den Leuten geschickt, dass man da eben ein gewisses Feedback hat. Dann hat man das Thema Rückkopplung. Das ist dann ein Problem, wenn Lautsprecher und Mikrofon im gleichen Raum sind. Also wenn quasi jetzt aus meinem Notebook-Lautsprecher euer Ton rauskommen würde und würde in mein Mikro wieder rein und dann hat man da so Rückkopplungsschleifen, die im schlimmsten Fall, habt ihr vielleicht mal beim Konzert oder so gehört, sich dann so aufschaukeln, dass es so ganz laute Pfeifgeräusche gibt. So schlimm ist es meistens nicht in Videokonferenzen, weil man natürlich nicht so laut die Lautsprecher auftritt und weil die meisten Tools auch so eine Rückkopplungsunterdrückung haben. Man hört es aber bei vielen, dass man, wenn man anfängt zu sprechen, so ganz leis vom Gegenüber noch sich sprechen hört und dann schlägt die Rückkopplungskontrolle an und regelt es runter. Das sind dann so knirschende Geräusche irgendwie. Man hört, das ist die eigene Stimme und die Software unterdrückt. Das ist aber auch extrem anstrengend auf Dauer. Latenz hatte ich schon gesagt. Schlechte Bandbreite ist ein Thema. Wenn jetzt jemand irgendwo im Hinterland sitzt, manchmal auch in Städten, man ist überrascht, wie schlecht oft die Verbindungen in Städten sind. Und die Bandbreiten sind schlecht oder man ist im Homeoffice und die Kids spielen nebenher World of Warcraft oder Stream Netflix auf drei Fernsehern. Dann hat man so diese typischen Glitch-Geräusche, wenn dem Codec Pakete verloren gehen. Und da gibt es dann auch ganz fiese Sachen. Also bei Skype fand ich das ganz schlimm. Die haben versucht, dann diese verlorengegangenen Pakete auszugleichen und die auszufüllen. Das ist gerade, wenn man jetzt so Podcasts aufnimmt, ist was, was man auch nie mehr repariert bekommt im Audio. Also wenn man so etwas hat und zum Beispiel jetzt ein Videokonferenz-Tool verwenden will, um Podcasts aufzunehmen, ist immer sinnvoll, sogenannte Doppeländer-Aufnahmen zu machen, wo man die Videokonferenz nur verwendet, dass man sich hören kann. Und jeder bei sich nochmal im schlimmsten Fall oder einfachsten Fall einfach mit dem Smartphone eine lokale Aufnahme macht und man hinterher die lokalen Aufnahmen in einem Audio-Tool zusammenschneidet. Und das Letzte, was ich in die Folie genommen habe, kleine Mikrofonkapseln. Ich weiß nicht, was ihr zu Hause zum Musikhören bei euch für Lautsprecher stehen habt. Jeder, der so ein bisschen Bass-betont Musik hören will oder irgendwie einen Actionfilm, wo die Explosion auch ordentlich klingen soll, wird lernen, dass man die Bass-Lautsprecher nicht beliebig klein machen kann. Also da gibt es viele Tricks mit Subwoofern und so Röhren, wo Resonanz aufgebaut wird. Aber ich kriege halt aus so einem kleinen, tragbaren Lautsprecher kriege ich halt keinen fetten Bass-Sound. Und ein Mikrofon müsst ihr euch so vorstellen, das funktioniert einfach nur genau umgekehrt wie ein Lautsprecher. Das heißt, beim Lautsprecher gebt ihr Spannung drauf und es kommt ein Ton raus. Beim Mikrofon sprecht der Ton raus und es kommt eine Spannung rein. Und das heißt, mit einer kleinen, eine kleine Mikrofonkapsel ist quasi wie ein Hochton-Lautsprecher. Das heißt, wenn ich so ein 3-Millimeter oder 4-Millimeter-Mikrofonkapsel vor mir habe, darf ich nicht erwarten, dass ich da wie ein Radiomoderator klinge. Also da fängt es hier so, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist wahrscheinlich so eine 10-12-Millimeter-Kapsel. Wenn ich so ein SM7B habe, bin ich da noch breiter. Es gibt dann auch sogenannte Großmembran-Mikrofone, die sind ganz breit von den Kapseln. Also da muss euch bewusst sein, wenn ihr quasi ein Mikrofon mit kleiner Kapsel verwendet, wird das basstechnisch, ja, gibt es eine Grenze einfach nach oben. Der Hans hat gerade schon sein Mikrofon angefasst. Das ist wahrscheinlich das Vamoda Boom Pro, was aktuell das beste Verhältnis von Größe der Kapsel zu Bass, der eingefangen wird, noch mitbringt. Das, glaube ich, 29 Euro, also auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich das, was im Moment so am günstigsten ist, was man kaufen kann. Genau, Software-Apps, da sage ich nur ein paar Takte dazu. Ich gehe ganz kurz auf Teams und Zoom ein. Wen das interessiert, wir haben halt so eine Analyse gemacht über so die gängigen Videokonferenz-Tools, was man da so alles drin tun kann an Audio. Typischerweise sind die halt dafür ausgelegt, möglichst out of the box zu funktionieren und gar nicht so viel Einstellmöglichkeiten zu haben. Also wen das interessiert, könnt ihr gerne auf mich nochmal zukommen. Dann kann ich euch da noch weitere Infos zukommen lassen. In Teams ist es so, dass man eben relativ große Konferenzen machen kann. Ich glaube mittlerweile sogar bis 300 ist die Grenze oder sogar 1000. Man kann aufzeichnen, allerdings nur Single-Track. Also man kriegt halt eine MP4-Datei, wo Video und Audio in einem ist. Was, wenn jetzt jemand ein Störgeräusch verursacht, recht schwierig ist, das zu bearbeiten. Man hat bisher diesen G722-Codec gehabt, also quasi das, was man so von HD-Telefonie erwarten kann, 7 Kilohertz. Es gibt jetzt neu den Hi-Fi-Musik-Modus. Wenn ich den einschalte, habe ich 32 Kilohertz Sampling und 128 Kilo-Bit Bandbreite, was schon ganz okay ist. Also ich habe den jetzt gerade eingeschaltet. Ich weiß nicht, wie ihr das beurteilen würdet von der Qualität. Könnt ihr mal in den Chat schreiben. Da kommt auch nachher dann für den Soundcheck noch eine Folie, wo drin steht, wie ihr den Hi-Fi-Modus bei euch aktivieren könnt. Ansonsten gibt es relativ wenig Konfigurationsmöglichkeiten für Audio und auch keine Möglichkeit für Multitrack-Aufnahmen. Also das heißt, wenn jetzt jemand das für Podcast-Aufnahmen zum Beispiel verwenden will, Teams, das ist relativ schwierig, weil ich eben sozusagen immer nur eine Spur aufnehmen kann. Und auch die keine Möglichkeiten habe, jetzt Audio-Einspieler zum Beispiel zu machen. Da habe ich euch unten mal als Trick geschrieben, wenn ihr einen eigenen Rechner nutzt oder auf eurem Rechner Software installieren kann, da kann man entweder jetzt wie hier mit dem Tipp mit Voice-Meeter, das ist so ein virtuelles Mischpult, sich quasi mehrere Eingängskanäle machen und kann dann eben von einem Soundboard Sounds einspielen oder Musik oder Intros oder Outros. Oder man macht das so wie ich, ich habe quasi hier die Allzweckwaffe der YouTuber an meinem Rechner hängen, das ist ein Yamaha AG03 Mini-USB-Mischpult, wo quasi einfach weitere Kanäle reingehen und da kann ich dann die Musik, die ihr vorhin gehört habt, kam einfach vom iPhone und das ist halt auf einem Kanal von dem Yamaha drauf, das kostet so knapp 100 Euro. Die meisten, die so auf YouTube so Sachen machen, haben irgendwie so was im Einsatz. Da kann ich gerne auch noch mal so eine kleine Material-Checkliste bereitstellen. Das wäre jetzt genau in der S-Kurve quasi so diese M-Liga, wo ich sage, da brauche ich halt ein Zusatzgerät, das kriegt man in der Regel nicht mit einem Business-Notebook mit. Zoom ist da ein bisschen besser, beziehungsweise, das zeige ich euch ja auch gerade noch, ich habe geschrieben, Multi-Track-Recording über NDI möglich, also Teams ermöglicht, alle Spuren an Video, die ihr scannt, als NDI zu exportieren. NDI ist so ein Standard, wie ich lokal auf einem Rechner quasi mehrere Video-Streams bereitstelle. So zeichne ich jetzt zum Beispiel auf. Ich habe NDI in Teams aktiviert und habe quasi in meinem Recording-Tool sozusagen nur mich als Quelle eingebettet und kriege dann quasi mich einzeln. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Zwiegespräch mit dem Christian wäre zum Beispiel und das soll dann Podcast werden, könnte ich quasi Christian als NDI-Quelle dann noch einziehen und in der Aufzeichnung hätte ich zwei einzelne Spuren nur mit ihm und mir und wenn bei euch irgendwo im Hintergrund ein Telefon klingelt oder ein Kind ruft oder so, dann würde das gar nicht stören, weil es in der Aufzeichnung einfach nicht drin ist. Wenn das interessiert, kann ich dann auch mal mal zeigen oder die Links bereitstellen. Bei Zoom ist es ein bisschen besser. Nachdem Microsoft Zoom ziemlich viel hinterher implementiert, hoffe ich, dass die Funktionen auch irgendwann kommen. Also es gibt im Zoom in den erweiterten Audio-Möglichkeiten die Option, das Audio-Processing komplett abzuschalten. Das ist schon mal gut. Da kriegt man dann hier oben, weiß nicht, ob man das im ScreenShare sieht, so einen kleinen Originalton-Einschalten-Knopf, auf den man drücken kann. Dann ist quasi die ganze Echo-Unterdrückung und so weg. Das ist schon mal sehr gut und es gibt auch die Möglichkeit, Multi-Track-Recording zu machen. Dann kann quasi Zoom legt mir mehrere Spuren an und wenn ich das beides kombiniere, dann habe ich da so ein ganz gutes Mini-Studio für wenig Geld, weil ich da eben dann hinterher aus den, die Audio-Spuren einfach in einem anderen Schnittprogramm verwenden kann, um zu schneiden dann. Genau, bei Hardware und Equipment, da werden wir dann sicher auch von den Hardware-Sponsoren noch mal ein bisschen was hören. Prinzipiell ist es so, dass man, oder ich eigentlich immer empfehle, zu Headsets zu gehen, weil einfach die fest definieren, wie, in welchem Abstand ist das Mikrofon zum Mund. Also wenn ihr mal die Chance habt, in so einen Radiosender zu schauen, das sind ja typischerweise Mikrofone, die so an Stativen hängen, das werden wir bestimmt bei Christian nachher dann noch sehen, das ist dann irgendwo am Tisch montiert, da braucht man eine gewisse Disziplin, immer in der gleichen Position zum Mikrofon zu sein, weil jeder, wenn ich das Mikrofon vor mir habe, jedes Drehen vom Kopf, das sind gerichtete Mikrofone, jedes Zurücklehnen, sofort die Audioqualität beeinflusst. Also da kriege ich sofort Abfall im Audiopegel. Wenn ich ein trainierter Moderator bin, dann kann ich damit umgehen und damit spielen. Wenn ich das nicht bin, dann hat ständig mein Gegenüber schwankender Audiopegel und hört mich nicht mehr so gut. Deswegen ist so ein Mikrofonarm, der einem folgt, eigentlich auch eine ganz gute Lösung. Typischerweise sage ich mal so Vierfingerregel. Also so ein Mikrofon sollte fünf, maximal zehn Zentimeter vom Mund weg sein und sollte idealerweise auch nicht in den Kopfhörern drin sein. Also so diese Kopfhörer, die eher fürs Musikhören gedacht sind, so Bose, QC35 und so weiter, die haben ihre Mikros hier außen oder auch die AirPods, wenn ich die reinstecke, ist immer schon ein riesengroßer Unterschied. Das sind zum einen mal eher 20 Zentimeter als zehn und das Mikrofon ist halt auch außerhalb der Schalldruckrichtung. Das heißt, da ist viel Streuschall, der hier hintergeht und da wird schon mit Audio Processing viel gemacht. Aber das ist ein deutlicher Unterschied zu des Mikrofons irgendwo in der Nähe des Kops. Was ich gern für draußen verwende, sind so, das ist jetzt ein recht altes Modell, von Chabra gibt es auch ein neueres, E-Pos hat sowas auch, wo der Mikrofonarm gleich eine Mute-Funktion hat. Das heißt, wenn ich so, ich habe im Winter viel Besprechungen draußen gemacht, da hat man Handschuhe an, weil es kalt ist. Man kann halt einfach, man klappt den Arm hoch und ist quasi gemutet und kann das Smartphone einfach in der Tasche lassen. Das ist so von der Usability sehr gut. Oder halt so Freisprecheinrichtungen, die auch gern verwendet werden. Habe ich natürlich dann auch kein Multitrack, wenn ich damit aufnehme und ich darf auch nicht allzu weit davon weg sein. Also gerade jetzt in Corona-Zeit, wenn man Abstand halten muss, ich sage mal so eineinhalb Meter, wenn ich weg bin, habe ich schon wieder deutlich Hallprobleme, wenn ich damit aufnehmen möchte. Also auch da, wenn man sowas nutzt, halt möglichst nah ran. Genau. Letzte Hardware-Folie in Richtung so Hardware, die man an den Rechner anschließt. Das, was ihr bei mir jetzt seht, ist so ein bisschen eher schon die L-Klasse von Headsets. Also die geht so bei 2, 250 Euro los, wo man dann halt auch große Mikrofonkapseln hat und dann die XLR-Anschlüsse, die man typischerweise dann entweder über so kleine Audio-Interfaces, das sind alles nur Beispiele, gibt es auch, ich verteile nächste Woche im Barcamp so eine Liste mit typischem Equipment, gibt es von Focusrite, von Behringer, von Motu, also da gibt es viele Hersteller. Wollt euch mal reinnehmen, dass ihr so ein bisschen Gespür für so Preiskategorien habt, die dann typischerweise eben auch, entweder wie jetzt hier, statisch so ausgeführt, als Zweikanal-Interface oder hier als kleiner Mixer, das ist der, den ich gerade verwende, oder auch als Audio-Rekorder, der Zoom, den man hier sieht, der hat schon wieder ein bisschen mehr Funktionen, den kann ich auch als mobiles Aufnahmegerät verwenden, in der Regel dann aber halt über USB am Rechner angeschlossen werden und dann wie ein USB-Mikrofon dort ausgewählt werden können. Und wie man jetzt hier sieht, könnte ich hier theoretisch auch zwei Leute anschließen, zwei Mikrofone und habe hier halt nochmal Kanäle, wo ich zum Beispiel Musik einspielen kann. Das ist vielleicht für Leute interessant, die so Trainings machen oder Workshop, wo mal eine Pause ist, wo ich dann zwischenrein mal eine Musik einspielen will oder einen Countdown oder irgendwelche Soundeffekte. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob der Alex Wunschel in der Session ist, der hat letztes Jahr, ah, da sehe ich ihn genau, ist da, letztes Jahr ziemlich viele Soundeffekte in seiner Session drin gehabt. Für all sowas brauche ich das unterstützen die Videokonferenz-Tools nicht, da brauche ich in der Regel externe Audio-Mischer dafür. Genau, das ist mal so der Überblick an Audio-Technik. Wie gesagt, das Recording werde ich im Nachgang dann bereitstellen. Ein paar Minuten, falls ihr jetzt noch Fragen habt, haben wir noch. Also gern in Teams können da oben, gibt es die Handhebefunktion oder ihr fragt quasi einfach rein.